Sicherheit ist für unser Kanton etwas ganz Wichtiges. Damit die Menschen in Sicherheit leben und arbeiten können in diesem Kanton, muss auch die Luzerner Polizei sich anpassen und den Herausforderungen sich stellen. Wegen dem braucht es eine deutliche Aufstockung. Wir brauchen 118 neue Polizisten in den nächsten acht Jahren. Wir müssen auch investieren in neue Standorte, wie zum Beispiel das Sicherheitszentrum Rotenburg. Und wir müssen auch das Stationierungskonzept mit zu vielen kleinen Polizeiposten überdenken. All das soll dazu führen, dass der Kanton Luzern weiterhin sicher ist und sicher bleibt. Das ist wichtig für unsere Bevölkerung.